Das ist der Hadith von Abu Abdullah ibn Mas'ud, Abu Abdullah ibn Mas'ud, einer der Gefährten des Propheten, die zu den ersten Zählen, die dem Islam beitraten, in Mecca, es wird gesagt, er sei der sechste gewesen, der sechste, der den Islam angenommen hatte. Als der Prophet sallallahu alaihi wa sallam mit einigen Schafe hirtete und er ging an ihm vorbei und es kam so ein Gespräch zwischen ihnen, zwischen den beiden und daraufhin hat er den Islam angenommen. Abdullah ibn Mas'ud gehört zu den Personen, die zweimal die Hijra gemacht haben. Zweimal die Hijra, einmal nach Habasha und dann nach Al-Madina. Und er hat an sämtlichen Mashahid des Propheten sallallahu alaihi wa sallam teilgenommen. Die Mashahid sind die Feldzüge und sonstige entsprechende Aktivitäten. In der Zeit von Umar und von Othman, anfangs in der Zeit von Othman, hat Abdullah ibn Mas'ud das Richteramt getragen in Kufa. Und ebenfalls war er für die Finanzen dort zuständig. Hat das aber in der Zeit von Othman nicht zu Ende geführt, hat dieses Amt abgegeben, ist nach Medina zurückgekehrt und dort gestorben. Er war etwas älter als 60 Jahre alt und ist ungefähr im Jahr 31 oder 32 nach Hijra gestorben.